Kapitel 14 Schluss mit der Gnade Doch eben dieser Gedanke zerrte weiterhin an mir. Beide bisherigen Prüfungen waren derart einfach gewesen, dass irgendetwas nicht ganz korrekt sein konnte. Die letzte Prüfung im Wald der verlorenen Seelen musste etwas beinhalten, was diese Prüfung zu einer Herausforderung machen würde. Doch ich wusste, ich sollte die letzte Prüfung auf den nächsten Tag verschieben. Die Sonne war bereits am Untergehen. Ich entschied mich, in der Toaido-Klippe zu übernachten. Wenn die anderen irgendwo nicht nach mir suchen würden, dann war es dort. Wie erwartet war kein Pokémon in Schatzstadt. Oder vielleicht schon, doch ich war nicht sicher, was diese Schattenwesen, die sich überall herumtrieben, nun waren. Ich machte mir noch ein Lagerfeuer an, um ein paar Nüsse zu braten, bevor ich schlafen ging. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte. Niemandem, dem ich vertrauen konnte. Somit war das Lagerfeuer einfach nicht dasselbe wie all jene, die ich über all meine Abenteuer hinweg bisher gesehen hatte. Ich sah hoch in den Himmel. Zwischen den dunklen Wolken kämpfte sich tatsächlich eine Art Vollmond hindurch. Es war beinahe so wie in den Nächten vor dem Tag X. Allein dieser Anblick sagte mir erneut, ich müsse stark bleiben, trotz allem, was passiert war. Ich müsse kämpfen, damit die Pokémon meiner Welt auch noch einmal so einen Vollmond sehen könnten. Ich war in diesem Abenteuer von so vielen Pokémon verraten worden. Aber ich hatte auch gelernt. Ich wusste nicht, wie lange es dauern würde. Würde ich morgen scheitern? Oder würde ich bereits die dunkle Macht herausfordern? Würde ich eine Gelegenheit bekommen, dieser Samen und mich selber zu rächen? All dies würde sich innerhalb der nächsten Tage beantworten. Das Ende dieses Abenteuers stand unmittelbar bevor, egal welchen Ausgang es haben würde. Doch bei diesem Anblick kamen mir nicht nur düstere, kryptische Gedanken in den Sinn. Ich dachte auch an all die schönen Momente, die ich mit meinen ehemaligen Freunden gehabt hatte. Wie sie mich alle begleitet hatten, in einfachen sowie in schweren Zeiten. Wir waren immer füreinander da gewesen. Wir waren ein Team. Je mehr dieser Gedanken durch meinen Kopf schossen, desto eher drängte sich meine Theorie von neulich zurück. Meine Freunde waren immer noch meine Freunde. Sie hatten mich nicht verraten. Das waren nicht sie selber. Und ich würde sie zurückholen. Ich würde sie nicht bekämpfen und vernichten. Ich würde ihnen helfen, wieder auf den richtigen Weg zu rücken. Ich würde ihnen sagen, ihnen allen, außer Nick Schorzma. Er hatte zu viel getan. Es war schlicht unverzeihlich. Während ich aß, dachte ich weiter darüber nach, bis ich irgendwann einschlief. Am nächsten entscheidenden Tag war der Himmelgrau von Regenwolken bedeckt, wodurch der Bodenhausmatsch bestand. Es war ein großer Nachteil für mich, da ich meine Spuren nicht mehr richtig vermischen konnte. Somit würden es meine noch besessenen Freunde sehr leicht haben, mich zu finden. Ich durfte ihnen nicht ohne die eigene dunkle Macht begegnen. Deshalb beeilte ich mich, in den Wald vorzudringen. Dort schien alles so, wie in unserer Welt auch. Es kam mir deshalb auch seltsam bekannt vor. In einer Form bekannt, die ich schwer beschreiben kann. Aus einer Höhle im Wald leuchtete ein Licht. Es war die Höhle, in der ich auf der Suche nach den Seelensplittern aufgewacht war. Nur eben in dieser Welt. Und dort spielte sich auch meine letzte Prüfung der dunklen Welt ab. Ich trat in die Höhle und bekam den Schock meines Lebens. Halt, Reisender, hier ist... Was? Das ist doch ein schlechter Scherz. Welcher Idiot schreibt das Drehbuch für so eine Kacke? Wo ist die versteckte Kamera? Darkrai, der mir gegenüber stand, schien nicht weniger verwundert als ich. Es war alles wie in meiner Welt. Jetzt sag schon, dass das Ganze nur ein dummer Gag ist. Ivelthal und Giratina haben mir von einem überaus mächtigen Pokémon berichtet. Und alles, was ich zu sehen kriege, bist du... Was soll das? Du hast keinen Splitter der dunklen Macht erkämpfen können. Dafür bist du zu schwach. Gib es zu. Ich entschied mich, es ihm tatsächlich so zu sagen, wie er es haben wollte. Und wie es zu meinem Vorteil war. Da ich hoffte, er würde mir den Splitter einfach schenken. So wie in damals jenen von Günthers Seele. Wer sind Giratina und Ivelthal? Ich bin gekommen, um mir meinen ersten Splitter der dunklen Nacht zu erkämpfen. Es sah am ersten Moment tatsächlich so aus, als würde ich mit dieser Lüge durchkommen. So, so. Das würde mir natürlich Sinn ergeben. Mein Kampf war übrig, sich sowieso. Weiter als bis zur zweiten Prüfung wirst du es sowieso nicht schaffen. Außerdem würde es für mich nur langweilen. Er bildete etwas in seiner Hand. Einen dunklen Splitter. Den letzten nötigen Splitter der dunklen Macht. Also spricht eigentlich nichts dagegen, dass ich dir den hier einfach gebe. Ich freute mich innerlich bereits darüber, mit meiner Lüge durchgekommen zu sein. Und den finalen Kampf bestreiten zu können. Doch auf einmal warf Darkrai den Splitter an die Decke, wo er von einem dunklen Kraftfeld umgeben hängen blieb. Und das war Wort für Wort, was du gehofft hattest, dass ich es sage, gib es zu. Ich bin kein Narr. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber ich kann genau die Präsenz von zwei Splittern spüren. Du bist der Auserwählte, ob es mir passt oder nicht. Aber dieses Mal musst du um dein Ziel kämpfen, anders als damals bei dem Seelensplitter. Mir gefrohr das Blut in den Adern. Moment, du weißt, dass es sich um einen Splitter von Günthers Seele gehandelt hat. Warum hast du ihn mir dann einfach überlassen? Oh, Fleunk, du wirst diese Welt nie verstehen. Das ganze Leben, diese Welt, ist eigentlich nur ein großes Spiel. Du denkst, du bewirkst etwas. Doch eigentlich ist von Anfang an festgelegt, was geschehen wird. Nur an wenigen Punkten haben wir Pokémon die Möglichkeit, das Spiel zu beeinflussen. Solche Wesen wie die dunkle Macht wollen das Spiel beenden und somit ihre Existenz als Marionetten. Wesen wie du strecken das Spiel in die Länge ihrer eigenen jämmerlichen Existenz wegen. Und dann gibt es noch solche wie mich, die 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 Welt verstehen. Wir sind die Meister dieses Spiels. Wir nutzen es, um uns zu unterhalten. Und hätte ich dich damals bekämpft und dir den Splitter nicht einfach gegeben, dann wäre aufgrund deines jämmerlichen Zustandes damals das Spiel zu Ende gewesen und somit auch mein Vergnügen. Aber jetzt hast du die Macht von zwei Splittern, der finstern ist. Jetzt kann ich also selber ein Teil meines eigenen großen Spiels werden. Es ist so spannend. Endlich kommt wieder Leben in das Ganze. Aber langsam wird es Zeit, das Spiel umzuschreiben. Ich lasse es nicht enden wie die dunkle Macht. Ich strecke es nicht hinaus so wie du. Ich ändere es so wie ich es will. Und es wird langsam Zeit für eine neue Hauptrolle und eine neue Handlung im Geschehen. Würde ich dich gehen lassen, würdest du gegen die dunkle Macht scheitern und alles wäre zu Ende. Aber das kann ich nicht zulassen. An sich ist das Spiel derzeit so aufgebaut. Es gibt drei Parteien. Und wenn du beide anderen Parteien vernichtest, dann gewinnst du. Wenn eine der anderen Parteien dich vernichtet, gewinnt sie. All das, was Darkrai gesagt hatte, änderte kein bisschen meine Sicht auf die Welt, sondern auf dieses Pokémon. Darkrai war mir noch nie geheuer, doch nun war es für mich bestätigt. Er ist einfach geisteskrank. Er hat eine derart verzerrte Sicht von der Welt. Er denkt, er kann alles tun, was er will und kontrolliert alles. Er denkt, er sei der Einzige, der versteht, wie unsere Welt funktioniert. Aber jetzt sehen wir mal, was dir die Kraft des Auserwählten gegen den Allwissenden hilft. Nach vielen Begegnungen, nach vielen Geschehnissen, stand er nun direkt bevor. Der Kampf gegen eines der für mich lange Zeit mysteriösesten, nun jedoch schlicht geisteskrankesten Pokémon. Derjenige, der Günthers frühe Rückkehr verhindert hatte und somit Auslöser für dieses ganze Abenteuer war. Wenn ich heute darüber nachdenke, was ist, wenn Darkrai gar nicht so Unrecht hat? Ich erinnerte mich daran, dass Giratina mir erzählt hatte, dass Darkrai um Weiten stärker sei als er selber, auch wenn er seinen Namen nicht erwähnt hatte. Und jetzt zeig mir, was du kannst, Auserwählter. Darkrai kämpfte, wie er redete. Irre. Ich wusste nicht, ob sich jegliche Taktik hinter seinem Kampfstil verbarg. Es schien, als würde er einfach alles, was er hatte, irgendwo hinfeuern, ganz egal wohin. Doch dieser Kampfstil löste einen wahren und vor allem unberechenbaren Hagel angeschossen aus. Auf einmal legte sich der Sturm, wie gut auserwählter. Ich bin aufgewärmt. Bereit für dein eigenes Game Over. Er statterte erneut seine Angriffe, dieses Mal aber alles andere als planlos. Er verwendete Techniken, die keine Pokémon-Attacken sind. Mit der Zeit konnte ich dann musst du durchschauen. Wenn er seine Hand in meine Richtung warf, dann würde ich in wenigen Momenten mehreren Laserstrahlen ausweichen müssen. Manche von Darkrais Techniken schienen mir so unrealistisch, dass ich wirklich wieder zweifelte, ob er die Grenzen unserer Welt überschreiten konnte. Ich war inzwischen immer überzeugter, dass Darkrai auf Mächte zugriff, die für uns andere Pokémon Legenden waren. Seine Techniken wurden mit der Zeit immer dreister. Als er begann, Stacheln an den Wänden zu bilden, war ich zunächst verwundert, als er mich jedoch mit einer lässigen Handbewegung zur Seite, ohne überhaupt in meiner Nähe zu stehen, in sie hineinwarf, wusste ich überhaupt nicht mehr weiter. Noch dazu kam, dass die Stacheln, die er regelmäßig aus dem Boden schießen ließ, nicht nur höchst tödlich waren, sondern mich zudem an dieser Samen erinnerten. Gegen einen solch mächtigen Gegner hatte ich noch nie gekämpft und ich musste Darkrai tatsächlich zustimmen. In meiner Verfassung, in der ich damals im Seelenwald war, hätte ich einen Kampf innerhalb von Sekunden verloren. Doch trotz seines Beschusses durch Laser und Munition aus reiner Finsternis von jeglichen Seiten, schaffte ich es entgegenzuhalten. In meinen Angriffen wählte ich eher mit Teleportation und schnellen Sprüngen aus, als wäre ich langsam wie ein Tourzog. Doch als er begann zu schwächeln, sah ich meine Chance und entdeckte Darkraths wahre Schwäche, seine Verteidigung. Er brauchte nur diesen einen Treffer, um verwundet auf den Boden zu sinken. Nein! Nein! Nein!